Wenn du Schwierigkeiten hast, deine Sakkat auszurechnen, geh auf islamicrelief.de und klicke auf den Sakkatrechner. Hier erhältst du neben dem aktuellen Nisab-Wert auch mehr Infos zu den spezifischen Kategorien. Du kannst alle Beträge digital eingeben und schnell und einfach deine Sakkat errechnen. Wie spendet man die Sakkat? Den errechneten Betrag kannst du mit einem Klick über die Islamic Relief Webseite spenden und somit gutem Gewissen deine Pflicht erfüllen. So einfach. Reinige mit der Sakkat dein Herz. Spende jetzt! Bei Fragen kannst du uns auf islamicrelief.de oder unter der Rufnummer 0221 200 499 2257 erreichen. 1 2 1 2